Der ist hier drauf. So, jetzt halten wir das fest in den Pons. Weißer Wörter, weißt du was das ist? Damit man die sparischen Wörter kennenlernen. Weißt du? Wie heißt denn du mit Vornamen? Das ist ein schöner Name. Habt ihr spanische Verwandtschaft, dann schreibe ich da drauf für RICO. So, Tottermann 20. Und wir sind im ICO. So, das finde ich. Dankeschön.